Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Unserem zweiten Playfoo als Schattenkrieger oder Träger der Schattenkriege, wie man ihn nennen möchte. Ich nenne ihn Schattenkrieger in Zukunft. Ja, wir sind in der Onyx- Achtung! Ja doch, müsste die Onyx-Bucht sein. Sind wir angekommen? Zurück mit euch! Wir müssen diese jetzt durchqueren. Ja, Durchbruch nach Empyria. Ihr seid in Xo angekommen. Nun müsst ihr die Triade, müsst ihr Empyria die goldene Stadt erreichen. Der Weg dorthin führt durch die Onyx-Bucht. Genau. Die Onyx-Bucht haben wir ja schon mal gemacht. Also leider hier nichts Neues, soweit ich weiß. Zurück mit euch! Wird also wieder dasselbe sein. Monument aktivieren, Fischerszumpf übernehmen, gegen die Hasim kämpfen. Aber erst mal die Spinnen hier loswerden. Und ja, der Schattenkrieger hat auch dieselbe Synchronstimme wie der Phönik. Königsträger. Jedenfalls die männliche Version davon. Achtung! Hm. Verteidigt euch! Irgendwie will ich den ja nicht wirklich nutzen. Zeit zu sterben! Also, Ankta. Vorsicht! Zeit zu sterben! Kämpft! Achtung! So, die Spinne jetzt noch wegmachen. Vorsicht! Und dann verfolgen wir, wie immer, dieselbe Strategie. Also, Türme... Hier. Erst einmal. Dann truppen. Dann vortasten bis zur Blockade. Dann Datum errichten. Und dann die Blockade langsam anlocken. Wie das letzte Mal auch. Wird am effektivsten sein. Heda, Fischers Mann. Eine Frage. Bitte! Nehmt mir nicht alles weg. Bitte! Ich will nicht eure Fische, guter Mann. Nur eure Ortskenntnis. Wo bin ich hier? Dies ist die Onyxbucht. Nördlichste Provinz des Goldenen Reiches. Unter seiner Herrlichkeit, Kaiser Magnus Arias von Xur. Wie weit noch bis Empyreia? Nicht weit. Ihr müsst dieses Land nach Süden durchqueren. Aber der Weg dahin wird euch euer Blut kosten. Räuber halten die Handelswege versperrt und belagern unser Dorf. Sie sind wie hungrige Wölfe. Allein am Pass nach Süden steht ein Haufen von ihnen, der selbst der kaiserlichen Armee Respekt beibringen würde. Allein kommt ihr dort nicht durch. Ich werde also ein Lager brauchen. Und genug Nahrung für ein großes Heer. Bedient euch meiner bescheidenen Hütte. Solange es euch gelingt, unser Dorf zu befreien, bin ich glücklich. Sprecht dort mit Tario, dem Dorfältesten. Ja, das werden wir. Wir kriegen auch gleich schon Besuch. Nämlich einen Orgstreuner. Hier bin ich. Schon auf dem Weg. An die Arbeit. So, und während wir den Orgstreuner platt machen. Was wünscht ihr? Auf geht's! So, jetzt sollten wir eigentlich kurz mal Zeit haben, um die nächsten... Äh, Elite, so. Um mal die Zwerge zu sortieren. Steinbruch, Steinmetz, ja. Mine. Schmelze. Äh, komm ruhig her. Kann ich dich umhauen. Ach nee, halt erst die Mondsilvermine. Das sollte ich eigentlich hier bei denen auch machen. Äh, bei ihnen hier. Den Aria-Sammler. Vorziehen, so. Also den Aria-Schrein. Ja, dann los. Gut. Äh, hier ein Steinbruch. Von mir aus hier hin, da steht ein bisschen Weg. Schon dabei. Ja. Ihr könnt gerade keine Holzfühlehütte. Ich hätte jetzt erst die Holzfühlehütte errichten sollen. Egal. Äh. So, kleines Haupthaus. Mittleres und großes Haupthaus. Gebäude wurde errichtet. Gut. Zwerge sind jetzt damit auch. Herr, der Rune? Ja, dann los. So, Holzfäller. Errichten wir mal hier. Und nachher hier so daneben das Sägewerk. Dass wir auch den weit hier oben gut erreichen können. Herr, der Rune? Habe verstanden. So, holen uns gleich schon mal sechs weitere Jungs. So, Elfen. Wache und Hüterin. Dann die Weitläuferin, Windschützchen. So, das waren die. Äh, Holzfällerhütte. Da war ich den Meisterholzfäller. Dann den Förster und das Sägewerk. Dann die Liniasammler, der ist hier. Ja. So. Mal gucken. Bärensammler, ja. Jagdhaus. Jetzt brauche ich noch die Jägergilde. Die ist wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Nein. Ja, Jägergilde. Habe ich verwechselt mit dem Schießstand. Nahrungslager. Äh, nee. Kleines Haupthaus hierhin. Mittleres Haupthaus. Großes Haupthaus. Waffenkammer ist richtig. Elenheim ist auch schon richtig. Schützenhalle ist so. Gut, damit sind die Elfen geupdatet. Ich kann ein mittleres Haupthaus errichten. Hör ruhig hier hinten. Schon dabei. Achtung. Und das wäre nächstes das Sägewerk bauen. Gut, Orcs. Also das Sägewerk und Nahrungslager am besten. Äh, Schläger. Kämpfer. Speerträger. Äh, Speerträger war richtig. Äh, Veteranen. Totem Brander. Trommler Hornbläser. Gut. Ach ja, ihr habt auch so viele Gebäude. Oh, du bist gleich mal aggressiv. Das ist gut. Zurück mit euch. So, Sägewerk errichten. Jetzt kann ich das Sägewerk ernsthaft nicht da hinbauen, weil da der Hirsch steht. Auf geht's. Auch gut. Kämpft. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, gut. Ah, gut. Holzfäller. Mine. Schmelze. Schnitterzelt. Jäger ist okay. Fischerhütte. Fischerhütte. Wildschweinzucht. Jägerfischerhütte. Wildschweinzucht. Nahrungslager. Äh. Brander. Feuerwerfer halt. Ströner töten. Okay, Nahrungslager errichten Da steht auch der Fischer im Weg Dann errichten wir es so So, und ihr fangt schon mal an, mir Verteidigung zu errichten Gut, so, Orks weiter sortieren Kleines Haupthaus, mittleres Haupthaus Großes Haupthaus, der kommt da hin Also die Schamanenhütte Ah, jetzt hätte ich fast schon wieder den Kollenschnitzer vergessen Kollenschnitzer, Schmiede, Schamanenhütte Borumeshalle Und der Schmiede, Blutheiligtum, gut Trolle haben zum Glück auch nicht viel Haben auch ihre Units total durcheinander Raufbold, Schlechter Gebäude wurde errichtet So, ihr errichtet mir ein Jagdhaus Gehen wir es an Verfügt über mich Schon dabei Was wünscht ihr? Ärmel hoch und los Okay Das wird auch alles errichtet Gut Äh, den, den Wo ist der Zermalmer? Genau Vernichter Champion Ne, halt Berserker, Vernichter, Champion Werfer Und dann der Schleuderer So, Holzfällerhütte Steinbuch ist klar Jagdhütte Leichensammler Nahrungslager Steinwerfer Dann kleines, mittleres, großes Haupthaus Kollenschnitzer Steinwerkstatt Die anderen beiden Kämpft Gebäude wurde errichtet Gebäude wurde errichtet Zeit zu sterben Ja Gut Wird sofort erledigt Zu Diensten Achtung Schon auf dem Weg Ihr geht mal aus dem Schuss Bitte Gehen wir es an Okay Machen wir es so Vorsicht Gut, Trolle haben wir auch So, jetzt fehlen noch die Dunkelhelfen Jurgen Also E Aus Schren 10 K Schrauben Vielen Dank.